Musik Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu time2do.ch Wie immer auf Schweiz 5. Heute Montag wie in den vorhergehenden Trailern angekündigt bei mir eine ganz interessante Dame. Alle Zuschauer die meinen Beitrag gesehen haben von der Lebenskraft 2012 in Zürich die kennen schon sie vom Namen her denn eine der Frauen die bei ihr war hat mir auf der Lebenskraft berichtet was sie für Problematiken hatte und wo ihr und somit begrüße ich sie herzlich bei mir Frau Professor Doktor Tatjana Lackmann herzlich Willkommen bei mir im Studio freue mich dass sie kommen konnten ich freue mich auch man hört an ihrer Sprache sie kommen nicht aus dem deutschsprachigen Raum wo kommen sie denn her seit zehn Jahre ich bin gekommen nach deutschland aus russland im russland im 1986 80 jahr ich bin ich habe medizinische studium absolviert und begonnen mit ärztliche arbeit ich war epidemiologe acht jahre und dann ich habe gearbeitet im inneren medizin und ich habe interessante in dieser zeit interessante methode getroffen das heißt eine wissenschaftliche methode außerhalb der schulmedizin ja das ist auch schulmedizin ich habe ich habe teilgenommen seminar bei einem wissenschaftler baris nikolaic bocchen kam er hat seminar gemacht mit dao yoga und mit paranormale chirurgie und in diese bei diesem seminar ich habe erste mal diese methode überhaupt getroffen ich war normale arzt und ich habe nie gehört über etwas solche richtung und solche methode das war anfang von perestroika im russland und bis diese zeit war nicht bekannt überhaupt diese richtung im russland und neue zeit gekommen und viele solche methode aus wissenschaft rausgegangen und ich hatte große glück gleich diese methode sehr interessante methode bei sehr korrekte menschen getroffen und gekriegt und das hat mir mich sehr fasziniert und ich habe begonnen mit dao yoga ich habe selbst gemacht und ich habe begonnen diese methode probieren bei meinen patienten ist das mit dem herkömmlichen yoga zu vergleichen oder was unterscheidet sich da das ist spirituelle yoga das ist yoga mit nicht gewöhnliche yoga wie leute vorstellen yoga das ist nicht bewegungs yoga das ist yoga mit welchem mensch kann lernen wie kann man eigene energie richtig spüren wärme energie kalte energie wie kann man energie mit eigenen willen durch die bewegungen mit eigener kraft und wie kann man diese energie vergrößert und energie kann wird mit bestimmten übungen auf von andere von einer art auf andere art umgewandert und wie kann man verschiedene arten von den energie benutzen lebensenergie kreative energie kreative energie kreative energie und wie kann man diese verschiedene arten von der energie für die selbstbehandlung benutzen gegen altes bediente krankheiten lebensenergie kreative energie gegen nicht altes bediente krankheiten zum beispiel multiple sklerose diabetes mellitus und und gültige energie gegen krebs zum beispiel ein zuschauer der das jetzt hört und vielleicht diese symptome hat oder auch andere dinge wo kann er das denn lernen bei seminar ich führe immer seminar und leute lernen kriegen erfahrung und dann weiter mit autotraining verbessern und verbessern diese übungen eigene fähigkeiten und hört ja viel dass ich im moment in der gesamten medizin so ein wie ein paradigmenwechsel vollzieht was bedeutet bisher war immer getrennt die schulmedizin auf der einen seite und dann ja von der schulmedizin oft diskreditierte andere heilmethoden von naturheilung über geist heilverfahren und so weiter jetzt habe ich aber im laufe meiner zeit unter vielen gespräche die ich schon geführt habe und auch vieles was ich gelesen habe festgestellt dass es solche methoden dass es wahnsinnig viele gibt ich sage jetzt mal nur zum beispiel die geistige aufrichtung des das das thema der wirbelsäule und so weiter und dass auch unglaubliche erfolge erzielt werden so eine methode wie sie sie eben beschrieben darf ich noch mal das wort wissen wie heißt das yoga dao yoga dao yoga dao yoga dao yoga hat das dao eine bedeutung ja dao hat bedeutung und das heißt schwer erklären aber dao das ist wissen die gehören dass es sehr uralte wissen dass es wissen über diese welt über kann man zu sagen über gott waren leute haben noch nicht diese wort benutzt gott und das ist es über energie im ganzen universum über vorstellung von ganze welt das ist im dao yoga dao sehr schwer erklären das ist ich verstehe aber es ist so eine eine zusammenfassung das heißt die funktionen unserer welt zu verstehen kann man so sagen ja das ist bestimmte sicht auf diese welt was es ist was für ein dieser welt mit heutige sprache kann man so sagen an ganze welt besteht aus information materie und das muss man vorstellen alles ist materiell aber diese materie das ist information viele sagen schwingungen alles besteht aus schwingungen und frequenz genau aber diese schwingungen sind nicht etwas und bewusst ist und etwas ohne information einfach schwingungen diese schwingungen sind information sie um sie sie umfassen information das ist information dass wenn das wie kann man das erklären aus was besteht alles oder mensch aus molekülen am kleinsten am kleinsten teil das ist moleküle aus was besteht moleküle aus atomen kann man zu sagen dass es noch teilchen aus was bestehen atomen aus protonen und elektronen ja kann man zu sagen aber was ist das das ist schon keine teilchen dass es schwingungen dass es fällt mit bestimmten fähigkeiten die miteinander funktionieren und machen atomen atomen machen moleküle nur unsere das bedeutet ganze welt besteht aus schwingungen und nur unsere sinnesorgane wahrnehmen diese schwingungen zum beispiel wie hart wie flüssig wie gas oder wie warm oder wie kalt ja oder wie schwer dass es unsere sinnesorgane wahrnehmen diese information so aber das ist sowieso alles ist information schwingungen schwingungen bilden information das tut ja heute die quantenmedizin sehr sehr deutlich machen und wie gesagt bisher wurde ja oftmals in unseren weltlichen lehren das thema schwingung oder frequenz komplett außen vor gelassen aber wie sie schon richtig sagten das atom das kleinste teil unseres bestehens was wenn ich mal so sagen darf besteht schon aus beidem aus materie und aus schwingung also es sind beide faktoren vorhanden jetzt sagten sie noch eine zweite geschichte neben diesem tau yoga gibt es noch paar normale chirurgie normale chirurgie das ist auch ein wort das müssten sie noch einmal erklären was bedeutet das weil jeder weiß ich möchte sagen zuerst während der evolutionsprozess von ganz universum irgendwann diese information materie wurde evolutioniert und zum folge menschen standen ja und mensch hat gehirn was ist das gehirn das ist organ das ist information materie die kann selbst information materie produziert und deswegen mensch kann selbstregulation machen gehirn kann man verteilen auf zwei grob verteilen auf zwei teile zwei stück unterbewusstsein und bewusstsein mit bewusstsein mensch kann regulieren alle prozesse im unterbewusstsein machen verbindung und durch unterbewusstsein regulieren alle prozesse im organismus unterbewusstsein reguliert alle prozesse im organismus automatisch durch die durch durch evolutionsprozess entstandenen der reflexe so aber nerven system wurde entwickelt von einfache organisation bis wie bei mensch gehirn mit unterbewusstsein und bewusstsein und zwischen verschiedene schichten von nerven system ist geblieben verbindung bewusstsein dass es organ der kann produzieren information materie und hat verbindung mit unterbewusstsein und unterbewusstsein und durch die bewusstsein kann man wirken auf unterbewusstsein das bedeutet auf regulation von allen prozesse im organismus und das mache ich durch paranormale chirurgie dafür muss man benutzen bestimmte methoden ich benutze paranormale chirurgie im thron zustand thron zustand das ist verbindung zwischen bewusstsein und unterbewusstsein die menschen die sie behandeln werden vorher in einen thron zustand versetzt ja das ist keine hypnose das ist nur verbindung zwischen bewusstsein und unterbewusstsein kann man unterscheiden unterscheiden was ist das hypnose bei hypnose mensch ist sklave gehirn wie sklave im thron zustand nur in dieser verbindung zwischen bewusstsein und unterbewusstsein mensch ist super mensch er kann regulieren alle prozesse im organismus aber es ist nicht sklave er ist mit klaren bewusstsein im thron zustand und im thron zustand wenn ich sage was ist das paranormale chirurgie ich sage ich führe den schnitt menschenklare bewusstsein aber er ist mit verbindung zwischen bewusstsein und unterbewusstsein und unterbewusstsein hört diese information durch diese verbindung und macht gefühle wenn ich sage ich führe den schnitt ich berühre körper und mensch spürt richtigen schnitt ich sage ich mache gewebe auseinander ich berühre körper ich mache diese bewegung und mensch spürt wie ich mache das schmerzhaft das ist schmerzhaft ich möchte das sagen gestern war bei mir Seminar und bei Seminar bei Mittagpause Leute waren im restaurant und zurückgekommen und bei einem Mann großer Mann zwei Meter groß er ist Sportler Anfall war Magenschmerzen sehr starke Magenschmerzen und ich habe ihn gelegt auf den Fußboden und gleich diese paranormale Chirurgie gemacht und dieser Anfall war weg fünf Minuten war weg und danach hat er gesagt Frau Lackmann Sie haben unglaubliche Kraft Sie haben so stark reingegangen und mit so großer Kraft er ist Sportler mit sehr starke Muskulatur und hat sehr starke Press und alle Leute haben gesehen ich habe absolut nicht reingegangen ich habe nur berührt Körper aber Mensch spürt starken schnitt wie ich gehe rein wie ich nehme Magen und ich schneide und ich reinige und Schmerzen gehen weg er hat das ganz deutlich gespürt ja bei paranormale Chirurgie im Transzustand Unterbewusstsein nimmt Information und macht Gefühle richtig und so richtig macht Behandlung weil wenn ich mache Behandlung für Leute nach der Behandlung in drei Monaten nach der Behandlung wenn Leute machen Untersuchung Untersuchung zeigt zum Beispiel wenn Möme in der Gebärmutter keine Möme wenn Bandscheibenvorfall war Veränderung in der Bandscheibe wegen welcher entsteht Bandscheibenvorfall in sechs oder acht Monate Untersuchungszeit Bandscheiben regeneriert warum weil durch paranormale Chirurgie ich arbeite mit Information äh in unserem Organismus geht immer Gewebeersetzung ganze Leben lang wir haben nie gleiches Herz mit welchem wir sind geboren dieses Herz immer wieder gewechselt alte Zellen sterben neue werden aufgebaut und ersetzen die alten Zellen Ist das dieser sieben Jahresrhythmus von dem man spricht dass ich alle sieben Jahre alle menschlichen Zellen nicht alle sieben Jahre alle drei Monate Organe aus weiches Gewebe gewechselt jede drei Monate aus hartem Gewebe Knochen Knorbelgewebe jede sechs acht Monate Nervensystem auch regeneriert das ist schon bekannt schon seit drei Monate drei Jahre Entschuldigung ist bekannt Wissenschaft waren viele Entdeckungen Nervensystem regeneriert gewechselt früher haben gesagt Nervensystem regeneriert nicht nein Nervensystem regeneriert alle auch alle Gewebe regenerieren alle Gewebe gewechselt aber dieser Prozess reguliert Unterbewusstsein das ist wie im Computer gibt es Kopf und Computer Kompressor gibt es Information Programmierung und auf Bildschirm wir kriegen Bild der entspricht für diese Information das ist gleiche in unserem Organismus im Unterbewusstsein gibt es wie kann man so sagen Programmierung Hologramm von Organ und wenn in diesem Hologramm entsteht Information über kranke Organ zum Beispiel Mium zum Beispiel dann diese Information reguliert Gewebeersetzung Gewebeersetzung entspricht für diese Information für diese Hologramm durch paranormale Chirurgie kann man so sagen ich wechsle diese Programm diese Bild diese Hologramm durch diese Methode entsteht neue Hologramm über gesunde Organe und dann Gewebeersetzung entspricht für diese Hologramm wenn machen Untersuchungen gleich nach der Operation Mium wie war so bleibt oder Bandscheibenvorfall bleibt aber keine Symptome keine Schmerzen ich mache Operation bis entsteht Gefühl leicht und leer zum Beispiel im Rücken bei Bandscheibenvorfall war Schmerzen und Schmerzen geht weg warum Schmerzen geht weg weil geht Programmierung alle Gefühle macht Unterbewusstsein und wenn Unterbewusstsein hat Informationen über Krankheit er macht Beschwerden Schmerzen schwere Gefühle Übelkeit Schwindel wenn entsteht Information über den gesunde Organ Unterbewusstsein macht neue Gefühle keine Schmerzen keine Beschwerden das ist Information das ist Programmierung und dann das muss man speichern ich wiederhole zehnmal diese Behandlung und dann das wird gespeichert mit Dau Yoga das wird versorgt Dau Yoga versorgt dieser Prozess und dann geht Gewebersetzung Gewebersetzung dauert in der Wirbelsäule sechs acht Monate und wenn machen Untersuchungen in sechs oder acht Monate keine Bandscheibenvorfall und keine Veränderung in den Bandscheiben Bandscheiben regeneriert kann man so sagen so läuft bei der normale Chirurgie Wenn ich da noch ein paar Randgeschichten habe zum Beispiel das Thema Bandscheibe bei dem Thema Bandscheibe hört man ja oft dass es dann entsteht wenn der Körper zu wenig Wasser hat das bedeutet wenn ich liege und die Wirbelsäule entspannt sich füllen sich ja über Nacht die Bandscheiben mit Flüssigkeit wieder dass sie wieder Pufferkapazität haben das können sie aber nur wenn im Körper ausreichend Wasser vorhanden ist was diesen Prozess der Dehnbarkeit der Sehnen und der Bänder auch der Bandscheiben wieder aufrecht erhält Viele Mediziner in allen Bereichen sagen dazu immer egal welche Tätigkeit ich mache wichtig ist dass der Patient die Ursache kennt dass er weiß warum habe ich einen Bandscheibenvorfall warum habe ich ein Myom warum habe ich dies oder jenes ist das bei ihnen auch ein Faktor in ihrer Behandlung dass der Patient auch eine andere Geisteshaltung bekommt ich möchte nicht so sagen ich sage Ursache ist im Unterbewusstsein wegen verschiedene kann man zu sagen wegen das kann sein wegen verschiedene Ursachen können verschiedene Ursachen sein warum diese Information entstanden über pathologische Organe über Veränderungen im Organ zum Beispiel Vireninfektion oder Rheumaprozess Rheumaprozess das ist Autoimmunerkrankheit Autoimmunveränderung im Knorbelgewebe oder in den Nieren oder im Herz Herz Klappen so Ursache kann verschiedene sein Sie sprechen jetzt über Prozess was passiert danach im Gewebe wenig Wasser oder noch etwas das ist schon Krankheitsprozess im Gewebe Ursache könnte verschiedene sein aber wichtig wegen Ursache zum Beispiel Vireninfektion akute Prozess Entzündung und dann er geht weg aber Information wurde gespeichert im Unterbewusstsein und dann geht chronischer Prozess chronische Veränderung im Organ und dann geht degenerative Prozess im Bandscheibe im Bandscheibe der führt zur Veränderung im Bandscheibe und dann zum Folge Bandscheibe Vorfall kann man so sagen veränderung wechseln Informationen im Unterbewusstsein durch paranormale Chirurgie und dann läuft der Regenerationsprozess in der Bandscheibe Knorbelgewebe werden regenerieren im Knorbelgewebe gibt es Zellen Chondrozyten und sie vermehren und regeneriert Bandscheibe Entschuldigung Bandscheibe Sie sagten vorher dass diese ganze Thematik dieser Zustand der herbeigeführt wird dieser Trance-Zustand da gehen wir ja in die Richtung dass wir im feinstofflichen Bereich sind Informationen ist ja nicht grobstofflich also nicht Materie sondern es ist sehr feinstofflich aber diese Informationen wenn ich mal den Satz sagen darf unsere Gedanken machen unsere Welt wie eine Krankheit ich habe viel darüber gelesen deswegen bohre ich da auch ein bisschen nach hat für mich immer in der Ursache das gehabt dass der Mensch der die Krankheit bekommt auch durch sein vorangegangenes Verhalten letztendlich sich selbst diese Krankheit herzieht ich sage da mal ein Beispiel vor kurzem habe ich einen Bericht über einen Mediziner gelesen der hat lange Jahre geforscht welche Verbindungen es gibt aus dem Verhalten der Menschen zur Krankheit und dann sagt er zum Beispiel Menschen die sich ständig unter Druck gesetzt fühlen also sage ich mal Leistungsdruck in unserer Gesellschaft die haben zu 98 Prozent irgendwann mit Bluthochdruck zu kämpfen das war das was ich meinte in der in der Verbindung und wenn ich jetzt eine ein Myom habe oder oder ein Geschwulst ein Tumor was auch immer in gewissen Organen ist es dann nicht wichtig auch mit den Leuten wenn sie das mit dieser paranormalen Chirurgie und den folgenden Dau Yoga lösen können muss nicht der Mensch sich auch ein bisschen verändern dass er da neue Wege geht Ja ich verstehe Ihre Frage ja deswegen wir machen nicht nur paranormale Chirurgie unbedingt Dau Yoga ja Mensch muss verändern und mit Dau Yoga er verändert weil er arbeitet mit Lebensenergie mit kreative Energie mit göttliche Energie Mensch kann gesund sein Mhm Irgendwann Gott hat Mensch gemacht in einem Punkt aus eigener Energie und hat integriert auf Mensch ewige Lebe Glücklichkeit und Gesundheit aber Mensch hat Bewusstsein und mit diesem Bewusstsein er hat viele negative Ereignisse gemacht und aus diesem Punkt rausgegangen mit Dau Yoga das ist Methode mit welcher Mensch kommt zurück zu diesem Punkt Mhm Ich sage das aber das ist sehr schwer verstehen wie das möglich aber durch zwei Tage von Seminar von Dau Yoga Leute verstehen das Leute verstehen wie kann man verändern und das ist möglich automatisch durch diese Übungen das heißt also sie tun sehr wohl sowohl im feinstofflichen Bereich wenn sie diese paranormalen Operationen durchführen gehen sie da geistig vor wie in der Art wie sie es als Medizinerin gelernt haben wenn sie gerade sagen von Schnitt machen von auf machen und so weiter ist das in der geistigen Ebene das gleiche wie das was sie vorher materiell also mit Skalpell und so gemacht haben Ich verstehe nicht ganz Ihre Frage Wenn ich heute einen Mediziner nehme und sage ich habe ein Magengeschwür dann kommt es irgendwann zur Operation ich werde betäubt er nimmt der Skalpell schneidet meinen Bauch auf den Magen auf und holt das Geschwür raus und das sind ja alles Handgriffe mit Skalpell und so weiter in Ihrer Art der Operation machen Sie da die gleichen Dinge die Sie als Mediziner gelernt haben nur ohne Instrumente mit Ihrer Energie Das ist keine richtige Operation Paranormale Chirurgie Ist mir klar Ja, ohne Blut ohne Verletzung das ist nur Gefühl aber das ist sieht nur klingt so etwas etwas Ähnliches aber viel Einfaches ich sage nicht welche Schicht ich schneide oder noch etwas ich sage ich führe den Schnitt einfach aber ich mache drei Schnitte ich habe irgendwann entwickelt diese Methode ich habe das gelernt auch bei Boris Nikolaj das war einfache Operation und wenig Prozent waren gute Ergebnisse und ich wollte mehr und vergrößert Prozent für gute Ergebnisse und ich habe weiter entwickelt zum Beispiel drei Schnitte ich habe irgendwann gedacht ich führe den Schnitt für Patienten und ich frage spüren sie den Schnitt normalerweise Leute haben gesagt nicht so gut und dann ich habe gedacht probiere ich nochmal ich habe zweiter Schnitt gemacht ich habe gesagt ich führe den Schnitt noch tiefer ich habe gedacht wie kann man erklären warum ich mache zweiter Schnitt ich habe gedacht bei Operation machen nicht einen Schnitt ich war bei der Operation schulmedizinische und ich habe gedacht vielleicht probiere ich auch das mit so erklären für Patienten warum ich mache zweiter Schnitt ich habe gesagt ich vertiefe den Schnitt bei zweiter Schnitt Mensch hat schon geschrien er hat ganz deutlich diesen Schnitt gespürt und dann ich habe verstanden bei ersten Schnitt Mensch ja okay spürt etwas aber nach der Frage er konzentriert sich er versteht er muss etwas spüren er konzentriert sich mehr er benutzt Konzentration und wegen das er spürt zweiter Schnitt schon deutlich da kann man so sagen vertiefert sich Trondzustand Verbindung mit Unterbewusstsein Durchbewusstsein und ja paranormale Chirurgie ein bisschen klingt wie richtige Chirurgie aber nicht ganz richtige mehr einfacher weil Mensch nicht auf Schulmedizin er weiß nicht wie richtig läuft Operation wie richtig schneiden Körper und verbinden Blutgefäße gegen Blut und zum Beispiel muss alles trocken sein Wund bei Operation und so weiter er weiß das nicht er muss das nicht wissen er braucht das nicht wissen für Ergebnis ich weiß auch nicht genau wie mein Motor funktioniert Hauptsache mein Auto läuft ja genau genau und für Unterbewusstsein braucht man nicht so kompliziert erklären Prozess bei der Operation geht alles viel einfacher aber Unterbewusstsein macht sehr komplizierte Prozesse im Organismus er macht richtig Behandlung er weiß was muss man machen um Ergebnis zu kriegen zum Beispiel Mionweg oder Regeneration in der Bandscheibe oder im Gelenk im Knobelgewebe bedeutet also dass der Patient das im Prinzip dann miterlebt durch seine Konzentration aber unsere Zuschauer werden gleich noch viel mehr erfahren wie wir auch bei Patienten welche Ergebnisse erwarten können gleich nach der Werbepause sehen sie uns wieder mit Frau Dr. Lackmann bis dahin time to do shop.ch hier finden sie die Produkte der Gäste unserer Sendung Nahrungsergänzungsmittel CDs DVDs Bücher Essenzen Heilsteine Bilder Körperpflegeprodukte und vieles mehr die Produkte unserer Gäste www.time2do shop.ch oder sie bestellen einfach per Bestell-Hotline So liebe Zuschauer wir sind wieder zurück bei time2do.ch heute mit Frau Prof. Dr. Tatjana Lackmann eine Dame die Schulmedizin studiert hat dann neue Verfahren kennenlernte und heute mit paranormaler Chirurgie vielen ihrer Klientel hilft jetzt hat sie mir einmal gesagt ob ich zu einem Experiment bereit wäre um das besser zu verstehen was sie meint natürlich habe ich mich einverstanden erklärt denn eine Medizinerin ist ja bei mir viel wird mir nicht passieren können was machen wir denn jetzt? ja ich möchte zeigen Wirkung weil das klingt sehr kompliziert wie wirkt Transmedizin und wie Trans wirkt und wie reagiert Unterbewusstsein wie entsteht diese Information entsteht ganz einfach ich möchte das zeigen jetzt mit Feuer machen sie bitte Arm so und gucken sie auf ihre Arm und merken sie wie sie spüren Feuer und wie schnell machen sie Arm weg von Feuer ok oh sofort ok jetzt ich werde sie werden mit geschlossenen Augen sein im Thronzustand und wenn sie mit geschlossenen Augen werden sein ich werde sagen dreimal Satz bitte keine Angst ich wiederhole diesen Versuch wenn ich sage öffnen sie bitte die Augen wenn sie werden mit geschlossenen Augen sein keine Angst ich werde das nicht machen wenn sie werden mit geschlossenen Augen sein so für Thronzustand setzen sie bitte nach hinten kommen sie doch an meinen Arm und Arm jetzt nach unten gucken sie bitte irgendwo an den Punkt suchen sie den Punkt konzentrieren sie sich bitte ohne Blinzen mit den Augen und jetzt schließen sie bitte die Augen schieben konzentrieren sie sich auf meine Stimme ich werde jetzt ihre Arm mit Feuer verbrennen vorher sie werden wie leichte Wärme spüren ihre Haut kriegt keine Verbrennung ich werde jetzt ihre Arm mit Feuer verbrennen vorher sie werden wie leichte Wärme spüren ihre Haut kriegt keine Verbrennung jetzt jetzt ich werde ihre Arm mit Feuer verbrennen vorher sie werden spüren wie leichte Wärme ihre Haut kriegt keine Verbrennung jetzt jetzt öffnen sie bitte die Augen heben sie bitte er ist ja verrückt jetzt habe ich es etwas gemerkt am Schluss gucken sie bitte aber ihre Haut nichts wurde verbrennt ja aber Haare wurde verbrennt ja ja aber das macht nichts das bedeutet das bedeutet war genug Feuer ja und Haare wurde verbrennt aber Haut hat keine Verbrennung gekriegt sie haben jetzt nicht so stark das gespürt ja deswegen ich konnte länger das berühren ihre Haut und Haare wurde verbrennt aber Haut trotzdem keine Verbrennung gekriegt warum weil war Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein Bewusstsein hat Information gekriegt und zum Unterbewusstsein geschickt und Unterbewusstsein weiß was muss man machen um Haut keine Verbrennung kriegt und macht chemische Veränderungen im Haut deswegen Haut kriegt keine Verbrennung sie haben vielleicht schon gesehen im Fernsehen oder Filme wie Yoga tanzt auf dem Feuer da bin ich selbst schon über die grünen Kohlen gelaufen ja genau und warum das läuft was ist Wunder Wunder ist nicht dass das Mensch kann halten dieses Gefühl von Feuer er spürt gleich wie sie ich habe das viele Mal mit meinen Patienten gemacht Leute gehen durch Feuer und spüren nicht starke Wärme und wichtig Haut kriegt keine Verbrennung für Wissenschaftler war das Wunder Mensch muss schon verbrennen ganz wenn so lange bleibt auf dem heißen Kohlen aber nicht verbrennt und kriegt keine Verbrennung im Haut warum weil macht Yoga das auch im Thron Zustand in diesem Zustand sie waren nicht im Hypnose ja nicht im Zustand ihr Bewusstsein war ganz klar war Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein und Unterbewusstsein hat Informationen gekriegt und macht chemische Veränderungen im Haut das ist ein sehr komplizierter Prozess wenn wir auf diesen Prozess von Biochemie Physiologie aber Mensch muss das nicht wissen sein Unterbewusstsein das Eis weiß alles das ist das läuft durch die geborene Reflexe die wurde durch ganz Evolutionsprozess wurde entwickelt weitergegeben ja und im Unterbewusstsein gespeichert und funktioniert das so einfach alles das war also perfekt ich war überrascht am Anfang habe ich das sofort gespürt wo sie das erste Mal hingegangen sind gleich und eben also ich war überrascht so hingeschaut wie sie da mit dem Feuer hin und her an meiner Haut sind und ähm es spürte sich warm an aber nicht verletzend also nicht dass es das ist aber Haare wurden verbrennt ja gut Haare das war genug Feuer ja es war genug Feuer ja wie lange machen sie das jetzt schon ähm 25 seit 25 Jahren das stimmt seit 25 Jahren da konnten sie ja bestimmt schon einigen Patienten helfen können alle Patienten mit allen Krankheiten die zu ihnen kommen auf Linderung und auf Gesundheit hoffen ja das kann man so sagen äh das kann man so sagen aber gibt es ähm sehr schwere Krankheiten ähm mit kann man so sagen nun ich mag nicht darüber sprechen aber trotzdem Krebs ja kann man auch behandeln aber muss man nicht vergessen Krebs ich äh ähm zähle zu Krankheiten die haben sehr starke gespeicherte kranke Informationen und mit diesen Leuten sehr schwer arbeiten braucht man viele Behandlungen ähm viel Kraft ein Mensch unbedingt muss Dau-Yoga machen viele Behandlungen durchführen sehr oft ich mache das zusammen mit Schulmedizin ich bin absolut nicht dagegen ich bin selbst aus Schulmedizin ähm zum Beispiel ein Mensch kann mit Hämotherapie Behandlung machen aber zusammen mit Tronzustand in diesem Fall zum Beispiel äh wir machen solche Informationen Mensch im Tronzustand macht solche Informationen ich nehme Gift der tötet kranke Zellen aber tötet nicht gesunde Zellen und gesunde Zellen werden aufgebaut und ersetzen die kranke Krebszellen und mit paranormale Chirurgie geht Behandlung mit Dau-Yoga und dazu kann man noch dazu Hämotherapie benutzen aber mit dieser Richtung dann Organismus äh reguliert diesen Prozess ein Mensch nimmt Hämotherapie ohne Nebenwirkungen dazu zuerst und kommt sehr gute Ergebnisse ich habe ich habe ich hatte schon solche Ergebnisse Leute durch Hämotherapie sehr gut Hämotherapie vertragen und gute Ergebnisse gekriegt das geht auch mit Hämotherapie auch und okay nicht über Krebs Bandscheibenvorfall wir haben schon gesprochen äh kranke Gelenke im Zürich ich habe bei Kongress viele Leute gekriegt ich habe Probebehandlungen gemacht Leute konnten nicht ähm Kniebeugen machen Bewegung im Kniegelenk war begrenzt wegen Kalziumablagerung und in 5 Minuten war gute Bewegung Gelenk war ohne Schmerzen und beweglich noch dazu ist das gleich nach der Operation nachweisbar ja wie ist das denn wenn ich aber Regenerationsprozess muss sein Verbesserung geht sofort ich habe schon gesagt ich mache Operation bis Beschwerden gehen weg wenn starke Veränderungen bis nun viele viele Verbesserungen viel besser geworden nach ersten Behandlungen aber ich habe schon gesagt gelingt zum Beispiel muss man zehnmal behandeln egal welche Krankheit zehnmal wiederholen um diese Information zu speichern wenn nicht wiederholen dann geht es sehr schnell zurück alte Information gewinnt alle kommen wieder ja und diese diese ganzen Dinge gehen die nur bei sogenannten körperlichen Leiden denn wir haben ja heute auch schlimme Krankheitsbilder die heißen Demenz Alzheimer oder psychische Störungen Demenz kann man behandeln Depression auch ich hatte viele Patienten mit Depressionen geht sehr gut behandeln geht sehr gut aber ein Mensch braucht Hilfe natürlich ah das heißt sie raten auch immer an eine Kombination zu machen dass sie mit ihrer Methode zum Beispiel wie eben im Beispiel Krebs die Schulmedizin dabei unterstützen dass zusätzlich zu der klassischen Chemo oder Strahlentherapie noch eine eine paranormale Chirurgie und dieses Dau-Yoga ausgeführt wird ja wie sieht es denn bei bei Blutkrankheiten und so etwas aus zum Beispiel ich kenne mich da nicht aus wenn jetzt Menschen kommen und sagen sie haben zu hohen Wert an Hämoglobin oder dass die die Struktur Niedrige Wert Niedrige Wert Niedrige Wert Niedrige Wert Blut kann auch regenerieren Blut das ist Zustand von Blut das ist immer Folge Blut bildet Knochen Gewebe zum Beispiel Knochen Gewebe müssen gesund sein oder andere Organe Hormonsystem wirkt spielt große Rolle für Blutbildung deswegen muss man Behandlung machen nicht für Blut sondern für andere Organe die bilden Blut Blut Blutkörperchen ja und Knochenorgane oder Immunsystem oder Hormonorgane Endokrin System und dann zum Folge Blutwerte werden besser ich hatte solche Fälle mit Anämie ich habe gearbeitet geht sehr gut geht sehr gut ja Anämie ist Blutarmut ja genau dann gibt es ja diese Kinderfolgskrankheiten Neurodermitis und Allergien und so etwas Heuschnupfen und ähnliche Dinge Allergien ja auch erfolgreich ich habe das auch gemacht ich habe das gemacht ich habe gearbeitet mit dem Immunsystem aber auch kann man so sagen dass es Veränderungen sehr verbunden mit Information ich erzähle über einen Fall ich hatte eine Patientin gekriegt sie hatte Allergien gegen Aceton aber sie hat ihren Beruf hatte Verbindung mit Aceton und sie hatte Allergien gekriegt sie konnte überhaupt nicht atmen mit Aceton sofort wurde Odeme entstanden sie konnte nicht Luft kriegen Atemnot und war sehr akut und sie ist zu mir gekommen und ich habe im Transzustand einfach dreimal Sätze gemacht wenn mehr und mehr sie werden Aceton mit Aceton atmen es wird für sie besser und besser ihre Haut wird schöner und schöner Atemorgane werden gesünder und gesünder und ich habe dreimal gesagt und ich habe ihr Probe gemacht gibt es Flüssigkeit für Reinigung von Nagellack ja ja so und sie hat gerichtet und war keine Reaktion und nie wieder zurückgekommen das bedeutet was möchte ich sagen Allergie ich hatte viele Fälle mit Allergie eine junge Ware konnte absolut nichts essen weil Allergie auf jeden Produkt und ich habe mit diesen Sätze mit paranormale Chirurgie für Magen Leber und Bauchspeicheldrüse zusammen ich habe das gemacht und ich habe Sätze gesagt und zum Beispiel dass wenn mehr und mehr er Klementine isst er hatte große allergische Reaktion gegen Klementine gehabt und wenn mehr und mehr wird das Essen es wird für ihn besser und besser ich habe Operation gemacht im Magen weil es waren Beschwerden bei diesem Essen auf Magen und allergische Reaktion und dann während der Operation ich habe dieses Produkt gegeben er hat gegessen war keine Reaktion und dann weiter weiter und dann durch zehn Behandlungen er hat alles gegessen ohne allergische Reaktion das ist möglich Neurodermin ist auch möglich auch kann man behandeln Daran verstehe ich mit einer Behandlung ist es nicht oder nur selten getan Nein eine Behandlung ist sinnvoll keine Sinn ja sofort wird die Verbesserung aber kommt alles zurück muss man Informationen speichern das ist das ist ein Prozess quasi ja speichern muss man speichern weil kranke Information wurde entwickelt viele Jahre bei Patienten Leute kommen schon mit schwerem Zustand Information ist sehr stark um diese Information kann man so sagen zu löschen muss man wiederholen ich habe mit meiner Methode Forschungsarbeit gemacht ich habe gekommen zu diesen zehn Tage zehnmal aber ich habe zwei Dissertationen gemacht erste wie kann man diese Methode benutzen für die Behandlung und zweite war Theorie warum geht Behandlung und bei dieser Forschungsarbeit ich habe getroffen Kenntnisse das war schon bekannt bei Professor bekannte Professor Pavlov Ivan Petrovich Pavlov russische Physiologe er hat auch das entdeckt Reflex entsteht durch zehn Wiederholungen er wusste das auch ich habe durch meine Arbeit gekommen dafür muss man zehnmal wiederholen dann Information wird fest gefestigt das kenne ich aus der Meditation da ist es auch so wenn man sich in seinem Kopf ein neues ein Muster was man sich angewöhnt hat löschen will muss man das durch mehrfache Wiederholungen letztendlich dann löschen einmal funktioniert nicht weil da ist die alte Information stärker als die neue die alte hat ja auch Jahre gebraucht bis sie sich aufgebaut hatte genau also hat das auch viel mit der geistigen Haltung dann zu tun dass der Patient auch im im Kopf diese Einstellung es gibt ja immer die klassische Definition ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer wo wollen wir hin wir erkennen an dieser Aussage ein Mensch der halb voll sieht sieht immer das Positive der der halb leer sieht sieht den Mangel und ich denke ähnlich wird es auch dort sein die Patienten führen sie auch ein Gespräch mit den Patienten was das Thema Lebensweise und was das Thema des Zustandes betrifft sprechen sie mit den Patienten vorher ja natürlich geht Besprechung ich mache geht Besprechung erzählen über seine Geschichte wie wurde diese Krankheit entstanden erste Beschwerden und wurde entwickelt und nicht nur über das welche Krankheiten ich bin aus Schulmedizin ich mache ärztliche Besprechung und dann Untersuchung und mit meinen Fähigkeiten ich untersuche Menschen ich kann innerer Organe sehen ich habe diese Fähigkeiten ich habe Approbation im Moskau gemacht mich wurde untersucht und diese Fähigkeiten einfach geöffnet entdeckt entdeckt bei mir das hat gedauert zwei Monate und danach ich wusste ich kann das ich mache das für Patienten und dann ich untersuche ich sehe wo Krankheit welche Organe betroffen sind ich mache noch dazu also in meine Praxis mit Ultraschallgerät Untersuchung das immer passt wenn ich sehe Mio dann Ultraschallgerät zeigt das auch wenn ich sehe Schilddrüse Knoten mit meiner Fähigkeit Ultraschallgerät das zeigt auch also quasi um dem Patienten dann zu zeigen dass das kein Unsinn ist kann man das auf dem Ultraschallgerät nachvollziehen nach solcher Untersuchung bei Patienten entsteht Vertrauen das fasziniert Leute natürlich das wirkt positiv für den Behandlungsprozess Mensch ist schon bereit aber meistens vor der Behandlung ich wünsche das ich weiß das das ist viel besser wenn ein Patient macht vor der Behandlung der Behandlung teilnimmt Seminar von Tao-Yoga dann er durch eigene Erfahrung versteht wie läuft Behandlung und das ist möglich weil bei Seminar Leute nicht nur führen Lernen Gefühle von Energie und so weiter während einer Stunde von Seminar jeder Mensch ohne Ausnahme kann Schmerzen wegmachen selbst er kann sich also selbst behandeln wenn er das Verfahren des Tao-Yogas kennt dann er versteht warum geht Behandlung warum das ist möglich er versteht Prozess weil durch eigene Erfahrung er kriegt Ergebnisse Schmerzen geht weg eine Stunde und Schmerzen geht weg er macht das selbst es gibt ja auch viele Patienten die diese ganzen Migräne Geschichten haben auch dort hilfreich ja das hilft das hilft jetzt einer unserer Zuschauer ihre Behandlung und ihre Seminare in Anspruch nehmen will wir blenden die Website ein er kann sich über die Website quasi mit E-Mail mit ihnen in Verbindung setzen wären solche Seminare auch in der Schweiz möglich das ist möglich ich habe schon gemacht im vorigen Jahr vielleicht sechs oder sieben Seminare ich habe gemacht jetzt im März nein nicht ja im April ich habe zwei Seminare im Winter durchgeführt ich plane noch aber in Baden-Waden kann man nach Baden-Waden kommen ich mache ja zweieinhalb Stunden und ich mache Seminare jedes Monat und Leute kommen aus Schweiz schon zwei Jahre kommen während der zwei Jahre kommen Leute aus Schweiz nach Baden-Waden teilnehmen Seminar Baden-Waden ist eine schöne Stadt ich habe extra gewählt diese Stadt für Patienten weil meisten Patienten kommen weit von Baden-Waden aus Schweiz aus Österreich aus Norden von Deutschland und ich habe gewählt diese Stadt weil gibt es viele Hotelle schöne Stadt sehr Karakale Therme Leute genießen diese Zeit und machen Behandlung kommen für zehn Tage teilnehmen Seminare und Behandlungen zehn Tage sehr bequem sehr gut Sie tun dann täglich wird das dann wiederholt ja das ist möglich dass das nach diesen zehn Tagen weg ist ich kriege immer Patienten aus Schweiz jetzt habe ich Patienten Leute haben schon zwei Monate schon alles mit Termine Ja es hat mich ja auch sehr fasziniert was die Dame gesagt hatte die mir das Interview gegeben hat auf der Lebenskraft die auch mit unterschiedlichen Symptomen behaftet war und es ging ihr so viel besser danach und haben sie auch schon mal Misserfolg erlebt dass ihre eine Behandlung nicht funktioniert hat ja das passiert ab und zu passiert wo ist die Ursache Leute machen nicht alles was müssen machen zum Beispiel sie machen Behandlungen zehnmal aber machen keine Daoyoga ich wünsche ich meine Ziel immer hundertprozentige Ergebnis kriegen ich weiß das ist möglich aber muss man alles richtig machen aber Leute machen zehn Behandlungen und wollen nicht selbst etwas machen selbst gibt es Teil welcher Mensch muss selbst machen wie kann man so sagen löschen Blockaden in den Energiekanälen einfach ja das kann Mensch nur selbst machen ich kann das nicht Mensch muss das selbst machen wenn Mensch macht nicht diese Arbeit dann Ergebnis ist nicht hundertprozentig hilft zum Beispiel aber Mensch sowieso unzufrieden weil es besser geworden ist aber nicht ganz gut ja waren solche Fälle Fälle bei welchen absolut kein Ergebnis waren noch nicht sowieso immer funktioniert aber kann funktionieren so das geht absolut weg oder Linderung aber nicht ganz weg oder zum Beispiel Multiple Sklerose oder Parkinson braucht nicht zehnmal bei Multiple Sklerose ich weiß schon ich habe diese Erfahrung Mensch kommt mit Schub mit schwerer Zustand ich mache zehn Behandlungen geht alles weg aber später kommt neue Schub aber viel weniger Symptome viel weniger viel leichter Menschen die Leute sagen es ist viel besser geworden aber ein bisschen zurückgekommen das ist nicht zurück das ist Rest in sechs Monaten ich wiederhole zehn Behandlungen ist nochmal ganz super geworden später neue Schub aber viel weniger das ist nur Rest von Symptomen viel leichter Mensch verträgt diesen Schub und ich weiß schon das dauert zwei Jahre jede halb Jahre muss man wiederholen und dann kommt nie zurück gibt es solche Fälle und natürlich wenn ein Mensch macht nur zehnmal einmal kommt neue Schub wird viel leichter aber nicht Krankheit geht nicht ganz weg jetzt muss man sagen Multiple Sklerose ist ja auch eigentlich eine Krankheit die doch als unheilbar gilt und viele Menschen immer schreiben daran chronisch schwere chronische Krankheiten dann muss man wiederholen geht immer Verbesserung aber ist möglich trotzdem bei dieser Krankheit so ein Ergebnis zu kriegen dann muss man wiederholen nicht zehnmal sondern nochmal aber letztendlich führt jede weitere Behandlung zu einer Verbesserung die für den Patienten auch spürbar ist ja das ist ja ein fantastisches Ergebnis ich war bei im Kongress in Zürich ich hatte viele Patienten gekriegt alle haben versucht diese paranormale Chirurgie alle ohne Ausnahme haben Ergebnisse gekriegt war zum Beispiel Tinnitus war weg fünf Minuten war weg Mensch ist gekommen 25 Jahre hatte Tinnitus Frau fünf Minuten war weg natürlich ich verspreche nicht das kommt nicht zurück das war nur einmal aber jeder hat Ergebnis gekriegt ja ab und zu war noch ein Fall im vorigen Jahr eine Patientin war mit Steinen in der Gallenblase und Untersuchung hat gezeigt die Steine wurden nicht aufgelöst aber Gallenblase war voll mit Steinen war keine vorige Untersuchung wie war gefühlt Gallenblase vor der Operation vor meiner Behandlung und ich habe nicht zehnmal gemacht ich habe diese Erfahrung waren Patienten bei mir mit Steinen bei jemandem bloß sofort bei anderen dort zehnmal etwas länger ja nicht zweimal ich bedanke mich für ihre Ausführungen unsere Sendezeit rast auf das Ende zu Frau Prof. Dr. Lackmann sehr vielen Dank dass Sie bei uns waren liebe Zuschauer wenn Sie dazu Fragen haben oder wenn Sie einen Termin mit Frau Prof. Dr. Lackmann vereinbaren wollen haben Sie die Website mehrmals eingeblendet gehabt haben Sie sie nicht gesehen können Sie sich wie immer an time2do.ch wenden wir werden gerne Ihnen die nötigen Informationen geben und die Seminare die Frau Prof. Dr. Lackmann abhält finden Sie auch auf unserer Website ich danke Ihnen dass Sie da waren bis dahin die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony Ihr Hausharmonisierer bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal